Also da kannst du gut, da sind alle Anschlüsse. Eine Spenderlampe, und die ist wahrscheinlich da, oder da, da wahrscheinlich, vielleicht alle wissen, und davor kommt die vom Mondschwinger, und da kommt die miteinander. Und das ist der Antecht, das Telefon ist ja noch da, also beides miteinander. Ja, das geht schon gut.